So, und hier das Häufchen der Halbschande. Morgen! Ja, Bouncing Marie. Bouncing Marie sitzt auf ihrem Petsi-Ball. Wir waren nämlich gestern bei meinen Großeltern und haben erzählt, ah ja, wir gehen jetzt nach einem Kaffee noch zum Sportladen und holen uns so einen Petsi-Ball. Weil wir haben nämlich einen, also ich habe einen, den habe ich mal von meinen Eltern gekriegt. Der ist aber viel zu groß für Marie. Und dann haben die gesagt, oh ja, wir haben noch einen und der passt halt perfekt von der Größe. Also optimal. Da habe ich mir den noch ein bisschen aufgepumpt. Und das ist äußerst angenehm, muss ich sagen. Wir haben uns mal wieder eine Besonderheit gegönnt. Das haben wir gestern im Supermarkt entdeckt. Den Cashew-Bad. Ja, können wir mal eine kleine Live-Verkostung machen. Ihr wisst, wir probieren immer sehr gerne diese veganen Ersatzprodukt-Neuheiten und so weiter aus. So sieht der Cashew-Bad in der Verpackung aus. Das ist richtig spannend. Okay, er sieht richtig authentisch aus, wenn wir den auch noch so richtig mit Schimmel. Keine Ahnung, ob es wirklich ein Schimmel ist oder ob es halt nur so... Riecht auch so. Alter, crazy. Guck dir das doch mal an. Wow. Heftig, oder? Wir haben uns nämlich hier so ein kleines Gläschen gekauft von so einer Senfsoße und wir hatten die von meinem Papa schon mal mit grüner Feige und die war richtig lecker. Und jetzt haben wir das so in klein mal mit roter Feige mitgenommen und gedacht, da brauchen wir aber einen Käse dazu. Und dann haben wir den hier entdeckt. So sieht der aus. Schon verrückt, oder? Eigentlich muss man mal so ein kleines Stückchen vorprobieren. So. Auf jeden Fall. Ja. Danke. Lecker. Also ganz anders. Er hat nichts vom Käse, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, schmeckt auf den ersten Mist. Wie so alter Spüllappen, oder so. Findest du nicht? Ich finde, er sieht geiler aus, als er ist. Aber so im Abgang ist er geil. Da ist er jetzt richtig kammerberig. Ja. Ich glaube mit Brot und jetzt noch mit sowas ist es richtig lecker. Aber der erste Biss ist wirklich so, so wie so Spüllappen, den man schon lange nicht mehr gewechselt hat. Der man manchmal irgendwann riecht. So hat das geschmeckt. Fand ich. Nicht, dass ich das jemals probiert hätte, aber. Aber da muss ich sagen, es gibt ja echt richtig viele, ich nenne es mal Ersatzprodukte. Zum Beispiel Hackfleisch oder auch irgendwelche Wurst, diese Schichten, die wirklich so gut schmecken, dass man sagt, das ist eigentlich kein Unterschied. Deshalb kann ich ja auch genauso das essen. Und da muss man schon sagen, es schmeckt schon anders. Also Käse ist noch nicht so weit, finde ich, wie die fleischigen Sachen. Also das ist irgendwie, mit dem Käse kann ich es verstehen, wenn man da sagt, es schmeckt irgendwie noch nicht so ähnlich. Bei Fleisch mittlerweile, vor allem halt gerade bei so Hackfleisch oder Aufschnitten oder sowas aus Brot. Oder so panierten Sachen. Oder panierten Sachen ist irgendwie, das ist mega weit schon. So Frikadellen hatten wir doch neulich mal auch so leckere von Penny waren die, glaube ich. Ja, die waren auch richtig lecker. Die waren auch richtig gut. Also soll ich sagen, klar, jetzt, es gibt noch nichts aktuell, was so da liegt wie ein Stück Steak auf meinem Teller. Aber so gerade diese verarbeiteten Sachen. Ja, aber Käse ist noch so ein bisschen so, da ist Schluft nach oben. Am Frühstück haben wir uns jetzt hier kurz noch auf die Couch gelegt. Denn wir gucken den neuesten Vlog-Fahren meiner Schwester und ihrem Schwager an. Wir sind gerade jetzt in Spanien und waren in irgendeiner heißen Quelle. Das sah mega gemütlich aus. Das sah ziemlich gut aus. Van Berlos heißt der Kanal, falls ihr den folgen wollt. Könnt ihr ja mal auschecken. Die leben jetzt nämlich ein Jahr, voraussichtlich ein Jahr, im Bus. Und vloggen das Ganze so ein bisschen. Und da kommt jeden Sonntag eigentlich was online. Ja, genau. Ja, euch gemütlich. So, jetzt haben wir noch drei Minuten. Drei? Fünf. Sieben. Sieben. Los. Weiter. Ich bin gerade mit meinem Papa ins Grundstück von meiner Oma gefahren. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Holz. Wir haben hier ja noch ganz viel Holz von der Aktion von ein paar Jahren, als wir hier ein paar Bäume fällen mussten. Ähm, ja. Das nutzen wir einfach. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich drehe rückwärts direkt um. Anhänger rückwärts fahren. Ist wirklich nicht so einfach. Ist der da unten, der Baum? So, hier ist nämlich ein Baum umgefallen und der muss da weg. Das heißt, wir sägen den jetzt hier ab und dann machen wir irgendwie ein Seil dran um diese Astgabel. Und dann ziehen wir mit dem Auto irgendwie hoch. Probieren wir es auf jeden Fall mal. Ja, jetzt Schaffsachen anziehen und dann erstmal den Baumstamm durchsägen. So, Motorsäge, Schnittschutzhose anziehen. Ich habe deine auch dabei. So, angehängt haben wir es mal. Mal gucken, was wir den hier hochziehen. Stopp! Stopp! Geh ich zurück? Ja, mal. Ich versuche mal, Land abzielen. Stopp! 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 Weiß ich mal hier? Nee, durch! Warte, warte, warte. Ja, ich glaube halt meine Reifen, die sind halt die Sommerreifen, vielleicht irgendwie zur Rutsche. Probier es mal einmal, oder? Stopp! 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 So, wir haben es geschafft. Baumstamm ist hochgezogen und jetzt zerlegen wir den halt hier in kleine Holzrugel, damit wir die, ja, Feuerholz einfach für den Winter. Alex hat ja neulich das Regal, was wir hier im Flur stehen hatten, dieses schwarze DIY-IKEA-Regal verlost, weil wir eine neue Stau-Möglichkeit gebraucht haben mit mehr bzw. effizienterem Platz. Und jetzt habe ich da aber so ein paar Sachen ausgeräumt gehabt. Die stehen seitdem in dieser Kiste hier im Schlafzimmer rum. Den wollte ich mich jetzt mal annehmen. Und das mal irgendwie verstauen. Und zwar am liebsten in den Bettkästen. Wir haben dieses IKEA-Bett. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Modell das ist. Das hat keine Rückenlehne, das ist einfach nur so ein Kasten. Und auf jeder Seite sind eben diese drei Schubladen. Und ich habe hier Schuhe drin. Das sind Schuhe, die ich nie trage. Allerhöchstens die vielleicht mal. Und da wollte ich jetzt mal durchgucken. Welche davon möchte ich mir mal wieder mehr ins Bewusstsein rufen. Und von welchen kann ich mich verabschieden. Also das sind die Schuhe, die ich alle behalten möchte. Mir ist aufgefallen, fast alle hohen Schuhe sind von Tamaris. Weil ich die einfach so bequem finde. Und zwar immer mit dieser bisschen weicheren Sohle. Das sind somit meine liebsten. Ich meine, die sind ja jetzt nicht wirklich sehr hoch. Aber so durch diesen Keil sind die mega, mega bequem. Und aber auch diese Stiefel. Die sind zwar schon hoch, aber auch richtig gemütlich, weil die so gepolstert sind. Das heißt, die behalte ich alle. Die kennt ihr ja noch aus Neuseeland. Auch die sind spitze, weil die sind nicht ganz so hoch. Und halt einfach eine schwarze Sandale. Die habe ich mal in Porto gekauft. Ja, und dann halt einfach noch. Ich meine, die habe ich wirklich überhaupt gar nicht mehr an hier zu Hause. Aber die wollte ich in den Camper tun. Damit ich da einfach so feste Schuhe drin habe, die da immer drin bleiben können. Jetzt im Urlaub hatte ich zum Beispiel die weißen dabei. Und die sehen danach halt aus wie Sau. Und dann sind das einfach so meine Sneakers im Camper. Das ist zwar ein bisschen dekadent, aber besser als sie wegzutun. Und die möchte ich einfach mal wieder öfter tragen. Und diese hier, die werde ich nie wieder tragen. Aber wer mich schon ganz lange verfolgt, weiß, dass das meine Abiballschuhe waren. Die hatte ich auch nur zum Abiball an. Fragt mich nicht, wie ich da drin laufen konnte. Aber so als Erinnerung möchte ich die, glaube ich, einfach noch ein bisschen aufheben. Vielleicht ist es auch schwachsinnig. Aber irgendwie bin ich gerade noch nicht bereit, mich davon zu trennen. So, und hier das Häufchen der Halbschande. Von diesen Schuhen habe ich tatsächlich drei Paar, glaube ich, noch nie angehabt. Und das ist so peinlich. Also ich finde, das ist wirklich ein peinlicher Teil meiner Vergangenheit, dass ich mir Sachen gekauft habe, ohne zu überlegen, wann ich das denn wirklich tragen würde. Und die dann letztendlich nie an hatte. Ihr seht das hier an der Sohle. Die ist einfach im Prinzip nagelneu. Das waren Schuhe, die ich bei Zara gekauft habe, in Kombination mit so einem Kleid. Und ich war der Meinung, dass das total schön zusammen aussieht. Und das hätte es mit Sicherheit auch. Aber es war immer so, im Zweifelsfall habe ich mich nie für diese Schuhe entschieden. Weil sie halt einfach doch nicht wirklich bequem waren. Die sind halt vorne gar nicht gepolstert. Und wenn man dann eine Weile nicht mehr auf hohen Schuhen läuft, dann ist man es einfach nicht mehr gewohnt. Und dann habe ich immer zu anderen Schuhen gegriffen. Das heißt, die sind komplett ungetragen. Die sind komplett ungetragen. Das sind auch so hohe Hacken, die ich mal bei Topshop gekauft habe. Wobei der Unterschied ja gar nicht wieder so gravierend ist. Aber irgendwie finde ich sie wahnsinnig unbequem. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, und die hier sind auch komplett ungetragen. Und dabei finde ich sie so schön. Da habe ich wirklich wieder wie so eine Elster eingekauft und mir gedacht, ja, das ist doch toll. Das kann man so und so und bla 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 anziehen. Und dann habe ich sie letztendlich nie getragen. Die haben hier vorne auch nur so ein Riemchen. Ja, dann habe ich hier noch diese Hacken. Die habe ich tatsächlich sehr oft getragen. In denen bin ich auch so in meinen Abi-Zeiten und After-Abi-Zeiten feiern gegangen. Ich weiß auch wieder nicht, wie ich das gemacht habe. Wir haben auf dem Berg gewohnt. Ich bin in den Dingern den Berg runter zur Bahn gelaufen und war dann die ganze Nacht feiern. Ich hatte meist noch so Schlappen dabei, aber was zur Hölle. Die habe ich, glaube ich, auch mal bei Zara gekauft oder so. Und dann habe ich diese Orangenen hier nochmal in Schwarz. Die habe ich wohl mal getragen, kann ich mich aber nicht daran erinnern wann. Aber ich glaube auch nur so einmal ungefähr. Weil innen drin sehen die eigentlich auch aus wie neu. Und ich bin gerade mal reingeschlüpft und ich kann nicht behaupten, dass sie bequem sind. Und ich hätte jetzt gedacht, ich könnte sie ja mal noch behalten und trage sie vielleicht nochmal. Aber ich brauche mir nichts vormachen. Die müssen auch weg. Falls ihr Interesse an den Schuhen habt, an ein Paar, an mehreren Paaren, whatever. Ich möchte sie loswerden. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Also wenn ihr wirklich ernsthaft an irgendwas von diesen Hacken hier interessiert seid, dann können wir das sehr gerne irgendwas arrangieren. Ich habe das auch schon so mit meinen Barfußschuhen mit den Stiefeln gemacht. Die hatte ich mal in einem Video von mir gezeigt. Und habe erzählt, dass ich sie zwar cool finde, aber dass ich sie nie trage. Und daraufhin hat sich eine Zuschauerin einfach proaktiv bei mir gemeldet und gemeint, ob ich sie ihr verkaufen würde. Und dann haben wir das so miteinander geklärt. Ich habe die Schuhe ready gemacht und ihr geschickt. Und sie trägt sie jetzt hoffentlich sehr happy. Weil das ist ja voll sch... Ich weiß jetzt halt nicht... Ja, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Achso, vielleicht sollte ich noch sagen, welche Größe das ist, gell? Also das hier in diesem spitzen Overnieschuh ist Größe 37. Ich trage aber eigentlich Größe 38. Also auch schon vor der Schwangerschaft. Das ist Größe 37. Diese Hacken hier sind sogar Größe 36. Passen mir aber schon. Also von der Länge her. Die sind dann natürlich auch Größe 36. Ähm, die sind auch Größe 37. In hohen Schuhen hatte ich meistens aber 37. Fällt mir da gerade wieder ein. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen nach vorne rutscht, da war 38 oft zu groß. Und die hier sind auch 37. Ich guck gerade mal, was habe ich denn so in diesen anderen Stiefeln. Also in denen hier, die ich euch vorhin gezeigt habe, habe ich beispielsweise 38. Und in denen habe ich wiederum 37. Immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Ich glaube, in denen habe ich auch 37. Und in diesen Steve Maddens hatte ich gar keine Größe. Muss aber auch 37 gewesen sein. Eigentlich. Alles andere. Würde keinen Sinn machen. Ah ja doch, da, 6,5. Was ist denn 6,5? Ist das 38 oder 37? Keine Ahnung. Ja, ich bin wieder zurück. Holz ist noch im Anhänger alles. Ähm, wir legen jetzt gerade zweite Ladung Babysachen zusammen. Ist einfach so goldig. Diese kleinen Miniteile. Und dann haben wir eigentlich alles schon durchgewaschen, gell? Eine Wäsche steht da draußen noch. Das sind die Wollesachen. Ah ja. Mit noch Tragetuch und so. Die wollte ich extra waschen. Genau. Aber dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Übrigens habe ich ein neues Produkt. Ein Daumen wärmer. Ein Anti-Verbrennungsschutz. Ein Anti-Verbrennungsschutz. Nein! Es ist ein Zocken! Wie klein kann es sein? Gut, es dehnt sich natürlich auch schön arg. Aber es ist so süß. Es ist... Wow. Verrückt. Man denkt gar nicht, dass überhaupt irgendwas Menschliches da reinpasst. Aber wir waren auch mal so klein. Wir wollen jetzt ins Kino. Ich habe einen Karten schon reserviert für James Bond. Und dann sage ich sozusagen, kannst du vielleicht was anderes anziehen? Ich war zuerst angezogen. Möchte ich das so sagen? Echt? Ich habe dich gar nicht angekommen. Wir haben uns die ganze Zeit unterhalten. Den schönen Pulli gibt es auch bei Mala. Ach, nächsten Monat. Ab nächsten Monat. Ja. Ganz kuschelig. Aber ich ziehe ihn dann auch. Es ist doch ein bisschen sehr weird, wenn wir nebeneinander im Kino sitzen und dann auch noch im Partner-Look. Es ist Montag Mittag mittlerweile. Ich war den ganzen Morgen bei Breda. Da gibt es nämlich gerade einiges zu tun. Bald kommt so ein geiles neues Produkt raus. Ich freue mich so, euch das bald zu zeigen und vorzustellen. Ja. Das macht mich schon ein bisschen stolz, was wir da gemacht haben. Und deshalb gibt es jetzt erstmal Mittagessen und wir probieren. Wir haben noch von unserer Hochzeit ja ganz viel eingefroren gehabt. Da haben wir so ein Gulasch. Das wollten wir eigentlich gestern essen. Haben es gestern nicht gegessen, weil wir es zeitlich nicht geschafft hatten, weil wir noch im Kino waren. Übrigens hat uns der Film gut getaugt. Es war sehr schön, nochmal im Kino zu sein. Für Marie war es ein bisschen anstrengend, so abgeknickt die ganze Zeit zu sitzen. Deshalb hat sie ab und zu auch zwecks Kreislaufproblemen die Füße so auf meine Füße gelegt. Dann ging es ganz gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch das Essen. Das verspannen wir jetzt. Und dazu mache ich so Lupinen. Haben mich noch nie gegessen. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das sieht auf jeden Fall lustig aus, wie so gehackte Kiesel oder sowas. Also nicht so wie Couscous oder so, sondern wirklich so unförmige Kieselsteinchen irgendwie. Gekocht wird es aber genau gleich wie irgendwie Couscous oder sowas oder Reis mit doppelter Menge Wasser. So sieht das fertige Essen aus. Das ist jetzt also quasi die gekochten Lupinen. Warum lachst du so, weil ich so komisch geredet habe? Ich schaue jetzt mal ein bisschen in Pinterest und zwar nach Schwangerschaftsbildern. Wir möchten nämlich jetzt ein schwangeren Shooting machen hier ein bisschen, weil der Bauch ist echt stattlich geworden. Und bevor es dann wieder vorbei ist, wollten wir auf jeden Fall mal noch ein paar schöne Bilder mit richtig richtig dicken schwangeren Bauch. Und das wollen wir eigentlich heute machen. Und ich wollte so ein bisschen nach Inspiration auf Pinterest mal gucken, was man so machen kann. Schaut mal, wie schön meine Frau einfach ist. Wir haben so coole Bilder gemacht. Das ist auch eine richtig coole Erinnerung an die Riesenkugel. Ich war gerade noch eine kleine Runde Joggen. Sehr gut getan. Und jetzt machen wir Abendessen. Beziehungsweise es gibt heute Abend Vespa, weil es heute Mittag schon warm gab. Und wir machen noch einen kleinen Salat. Den hole ich mal raus. Oh, leichter Schimmel an der Gurke. Und bevor ich das jetzt schneide alles, wollte ich euch noch kurz was zeigen. Mein Schwimmtrainer, mein ehemaliger Schwimmtrainer hat mir vorhin, als ich laufen bin, ein Bild geschickt. Beziehungsweise ich habe es erst angeschaut, als ich dann angekommen bin. Und zwar von diesem Teil her. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, Alex, was ist das für ein Quatsch? Ich habe damals, ich glaube ich war so 17 oder sowas, so eine Rampe gebaut für drei Startblöcke bei uns. Weil irgendwann wurde im Schwimmen eingeführt, dass die Startblöcke bei wichtigen Wettkämpfen, also so deutsche Meisterschaften und sowas, hinten so eine Rampe haben dürfen. Die kann man dann so ein bisschen in der Länge verstellen. So ähnlich wie beim Sprinten quasi auf der Tartanbahn, dass man hinten sich besser abdrücken kann. Auf jeden Fall wurde es irgendwann eingeführt. Aber halt, man braucht dann natürlich den Startblock dazu und da kostet glaube ich ein Startblock 17.000 Euro oder sowas. Irgendwie absurd teuer. Und dann habe ich gedacht, ich könnte doch für unser Training solche Rampen bauen. Und das hat mich so gefreut, als mein Trainer vorhin das geschickt hat, dass diese Rampen immer noch existieren. Also die gibt es jetzt schon locker bald 15 Jahre. Nicht ganz, aber auf jeden Fall mal 12 oder so. Was schon echt verrückt ist, dass die Teile aus Holz so lange halten. Und ich habe dann auch so mit Sprüh oder so einen Spezialkleber drauf gemacht. Und dann habe ich so Spezial Sand, so einen durchsichtigen Sand gekauft gehabt, den man auch benutzt, um Wind-Surfboards, Grip, also so Grip drauf zu machen. Und das fühlt sich dann an wie so Grip-Tape auf einem Skateboard. Ist aber halt so richtig fest drauf. Und das hat mega gut funktioniert. Und ja, so haben wir dann halt immer trainiert. Und ich finde es einfach Hammer, dass es immer noch existiert. Also mir hat schon immer irgendwie, die Hawaii-Sachen haben mir schon immer Spaß gemacht. Und auch gerade so Speziallösungen oder sowas. Ungewohntes Bild. Sieht eigentlich aus wie beim Frühstück, nur ist es dunkel. Und ein Salat steht in der Mitte. Aber eigentlich finde ich es richtig cool auch zu versperren. Ja, ne? Mhm. Oh, danke. Gleich zwei. Ja. Erzähl mir doch nichts, dass du nur eine Scheibe hast. Zwei reichen mir. Mhm. Genau. Wir sprechen uns an den fünf Scheiben nochmal. Sie heißt wie ein Kanarienvogel heute. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich bin gespannt, ob jemand Interesse an den Schuhen hat. Ich würde mich wirklich freuen, wenn sie neue AbnehmerInnen finden. Weil ich glaube ehrlich gesagt, meine Karriere auf hohen Schuhen das war's. Keilabsatz ist mein Ding und der Rest einfach nicht mehr so. Deswegen schreibt mir sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog am Donnerstag wieder. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.